Oh, du bist full muted, okay. Kein Problem, ich schalte dich sofort frei, gib mir eine Sekunde. Wichtig ist nur für dich zu wissen, wir sind live aus der Plattform Twitch. Das Gespräch wird aufgenommen und es wäre wichtig zu wissen, ob du einverstanden bist, dass wir das anschließend auf YouTube veröffentlichen. Und deswegen bräuchte ich einmal ein Ja oder Nein von dir. Servus, ist überhaupt kein Problem für mich, alles gut. Cool, danke. Servus zurück und damit herzlich willkommen. Eingangsfrage, bist du vegan? Nein. Und deswegen würde ich jetzt auch mal ganz frech fragen, was sind denn so die Vorteile daran, vegan zu werden? Also vegan wird man natürlich an vorderster Stelle nicht, weil es irgendwelche Vorteile hat. Der Vorteil ist, dass man Vorteile hat. Eine rein pflanzliche Ernährung ist vorteilhaft für den Körper aufgrund dessen, dass du, wie man klar und deutlich hören kann, du bist ein Mann. Das heißt, du strotzt vor Testosteron. Das, was du isst, wenn du tierische Bestandteile konsumierst, sind aber Östrogene. Heißt also, dein Testosteronspiegel wird runtergesenkt. Deinen Testosteronspiegel brauchst du aber, weil da natürlich Präventionen für sämtliche Erkrankungen sind, die natürlich durch tierische Bestandteile gefördert wird. Durch das Hemmeisen förderst du ein Krebsrisiko. Durch die Fette erhöhst du das Risiko auf Herzinfarkte, Thrombose im allgemeinen Sinne, die ja für Herzinfarkte verantwortlich sind, als auch Schlaganfälle, als auch allgemein die sogenannte Gefäßverkalkung, beziehungsweise Ateliosklerose, als auch Übergewicht. Und was haben wir noch? In der Tierindustrie stammen 98% der Bestandteile außer Massentierhaltung. Heißt also, unglaublich viel Antibiotika ist untergemischt in tierischen Bestandteilen, was ebenfalls nicht gut ist, weil wir sollten nur Antibiotika zu uns nehmen, wenn es der Körper selber nicht schaffen sollte, weil du sonst nämlich Keime heranzüchtest, die man dann irgendwann nicht mehr eigenständig in Anführungsstrichen bekämpfen kann. Zum Beispiel in MRGN oder in MRSA. Okay, das war ein ziemlicher Monolog. Jetzt mal davon abgesehen, dass es gut für den Menschen ist, vegan zu sein. Ich habe jetzt auch mal davon gehört, dass Veganer dazu tendieren, ihre Tiere vegan zu ernähren. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so in Ordnung finde, ehrlich gesagt. Die Frage ist, ob du Haustiere hast und ob das thematisiert werden sollte, weil es ja darum geht, warum du nicht vegan bist und nicht, warum man Tiere reine pflanzlich ernährt. Ja. Aber ist es in Ordnung, also wenn ich vegan sein will, dann ist es aber keine Verpflichtung, dass ich mein Tier vegan ernähre, oder? Doch. Warum ist es keine Verpflichtung? Weil auch dein tierischer Mitbewohner kein Recht auf Rechtsverletzung hat, im Sinne von Freiheitseinschränkung eines anderen lebenden Individuums, indem du diesen die Kehle aufschützen lässt. Und du durchfütterst halt immer die Tierindustrie. Also du willst dieses Tierleid nicht fördern, kaufst aber weiterhin ein und förderst sie, weil du jemanden zu Hause hast, den du Carnivor ernährst. Wenn es ein Carnivores Tier ist, wo es wirklich nicht gehen sollte, das hatten wir neulich gehabt mit einem Axoloddl und auch mit Fischen, bei denen das wohl nicht so möglich ist, dann muss man dafür sorgen, dass man die Tiere geschlechtlich trennt oder eben dafür sorgt, dass sie keinen Nachwuchs züchten, weil das eben nicht vegan wäre. Und ansonsten für alle anderen Tiere, bei denen es möglich ist, sollte man das machen. Okay. Die Frage ist immer... Ich wollte mal eben... Ja. Okay. Also nur ganz kurz dazu. Also viele verstehen das nicht und denken, das wäre total ungesund, etc. Du musst versuchen, da so ein bisschen rauszuzoomen aus dieser Thematik und dir einfach den Organismus vorstellen und die Frage stellen, was braucht dieser Organismus, welche Nährstoffe müssen da rein, damit er gesund ist, damit er das hat, was er braucht, um zu leben, um zu existieren, ohne Gesundheitseinschränkungen. Und bei Tieren, die sich Carnival ernähren, wie zum Beispiel meine Katzen oder auch Hunde von anderen Tierhaltern, ist es halt so, dass du halt eine reine pflanzliche Ernährung gewährleisten kannst, weil diese inzwischen so nährstoffreich sind, dass es den Tieren halt an nicht zählt. Also warum sollte man nicht die Alternative nutzen, so als kleine Anregung zu dem Thema? Ja, ist das auch irgendwo nachgewiesen, weil ich würde mich da gerne dann natürlich auch davon überzeugen, weil wie man sieht, ich habe ja eine Katze oder besser gesagt, ich hatte eine Katze und die habe ich jetzt zum Beispiel immer mit den ganz normalen erwerblichen Sachen gefüttert, die auch so im Supermarkt zu haben sind. Und ich habe da im Supermarkt zum Beispiel, hatte ich glaube ich, oder ich weiß nicht, ob ich nicht genau geguckt habe, ich habe da noch nie eine rein vegane Alternative gefunden, glaube ich. Ja, im Supermarkt wirst du da auch nichts finden, weil das konventionelle Futter halt angepriesen wird. Sabrina hatte ich eben gerade schon in einem Raum über uns Debatteninfos verlinkt, bezüglich dem, was ich dir eben gerade gesagt habe, bezüglich der Gesundheit einer pflanzlichen Ernährung und auch einmal der Link zu veganer Hunde- und Katzenernährung. Wie gesagt, was Katzen zum Beispiel brauchen, ist Taurin und ebenfalls B12, das ist ebenfalls wichtig für sie, als auch sehr viel Protein. Und ich selbst fütte meine Katzen mit Armycats, das gibt es bei KOKU Bindestrich Online, das ist ein veganer Online-Shop, die haben nur vegane Sachen. Das gibt es auch auf Amazon, auf Amazon kostet es aber 20 Euro mehr und auf KOKU kostet es nur 50 für 7,5 Kilogramm. Das klingt ziemlich viel, aber es ist halt sehr proteinreich und sehr ballaststoffreich dementsprechend und jeder weißes Ballaststoffe gehen im Darm auf, haben ein höheres Sättigungsgefühl. Meine Katze hatte ein bisschen Übergewicht durch die Kastration und deswegen ist er ein bisschen aufgegangen. Und seitdem ich ihn rein pflanzlich ernähre, hat er ein normales Gewicht, hält dieses auch. Der Stuhlgang ist regelmäßig, der ist nicht zu hart, der ist original weich, also so wie er sein sollte. Und die Urinproduktion, also die Diurese, die Nieren funktionieren auch einwandfrei und dementsprechend gibt es da keine Gesundheitsbeeinträchtigung. Im Gegenteil, es geht ihm sogar besser. Die sind nicht mehr so aufgewühlt, nicht mehr so am Durchdrehen, sag ich mal, weil dieses konventionelle Fleischfutter, was es ja im Supermarkt gibt und was sehr häufig gefüttert wird, hat ja auch unglaublich viele Lockstoffe, auch sehr viele Hormone drin, sehr viele, das sind ja mehr Restabfälle und Sachen, die du selber niemals essen würdest. Also eigentlich nichts anderes als Müllabfall von der Tierindustrie. Und das sollte man definitiv nicht füttern. Ja, also da muss ich jetzt mal kurz eingrätschen, weil mittlerweile ist Hunde- oder beziehungsweise Katzenfutter ja qualitativ extrem hochwertig. Also das, ich kann mich da nur mal erinnern, ich habe da mal irgendein Video gesehen, wo ein Test gemacht wurde. Da wurde halt, lass mich nicht lügen, in irgendeiner Innenstadt, keine Ahnung, ist ja komplett gleich. Da wurde sozusagen Katzenfutter rausgewaschen, dass nur noch das Fleisch übrig war und dann als Gulasch angepriesen und den Leuten hat das auch sehr gut geschmeckt. Also ich muss sagen, ich denke nicht, dass da tierischer Abfall drin ist. Also dass es besser schmeckt oder dass es genauso gut schmeckt, ändert ja nichts daran, was da drin ist. Das ist das, was ich meine. Also das ist ja nicht irgendwie der Kohl-Schnur drin und kein Stückchen Fleisch. Aber da sind halt sehr viele Sachen drin, die eben nicht gesund sind. Also die Sachen, die da rausgewaschen sind, bis nur noch das Fleisch übrig ist. Im Fleisch ist immer noch Antibiotika drin, im Fleisch sind immer noch Hormone drin, im Fleisch ist immer noch, keine Ahnung, also wenn du dir mal die Tierindustrie angeschaut hast, das sind Tiere, die Tumore haben, die Eiterbollen haben, die dann anschließend geschlachtet und geschreddert werden. Und du kannst niemals hundertprozentig sicher sein, ob das nicht in dieser Dose landet. Allein schon die Lockstoffe, die noch da drin sind, der ganze Zucker, der da drin ist, was in dem Tierfutter drin ist, ist halt nicht absolut gesund. Und selbst wenn du dann eine Futterdose hättest oder barfst und selber Fleisch kaufst oder sogar selber schlachten solltest und ihm dann reines Fleisch geben solltest, dann ist es halt trotzdem nicht richtig, weil du halt trotzdem noch ein anderes Leben opferst, damit ein anderes Leben kann. Und wenn es die Möglichkeit gibt, einen Organismus rein pflanzlich zu ernähren, ohne dass er daraus gesundheitliche Schäden zieht, die ihm das Leben kosten würden, dann sollte man diese Alternative immer machen. Denn niemand hat das Recht auf Rechtsverletzungen. Ja, da stimme ich dir auch grundsätzlich zu. Aber ich finde es einfach unfair, dass man ein Tier sozusagen vegan füttert, ohne dass man es fragen kann. Du kannst dein Tier sowieso nicht fragen. Also, da kannst du dein Tier auch nicht fragen. Ja, das ist richtig. Du entscheidest sowieso drüber hin. Aber dann ist es doch besser, mein Tier so zu füttern, wie es gewöhnt ist, blöd gesagt, aus rein biologischer Sicht, wie ihm einfach was vorzusetzen und sagen, ja, das musst du jetzt essen, weil ich bin vegan, du musst jetzt auch vegan sein. Das finde ich verwerblich. Anders ist es so, dass du es halt genau andersrum drehen tust, ne? Also, es ist nicht so eine richtige, es ist ein bisschen Nonsens. Also, es ist dein Haustier. Du hast sowieso schon eine absolute Rechtsverletzung getan, indem du ein Haustier holst. Tiere, die einzige Haltung, die es für ein Tier geben sollte, ist die Freiheit. Tiere gehören nicht in deine Wohnung, in dein Haus und sind nicht dafür da, damit sie irgendeinen Dienst ableisten können. Haustiere zu halten, rein theoretisch, ist nicht einmal vegan, so, ne? Jetzt hat man aber natürlich seine tierischen Mitbewohner und man ist auch froh und sie gehören einfach zu deiner Familie und sind einfach ein Teil von dir und deinem Leben geworden. Und warum solltest du ihnen dann nicht was Gutes tun? Es gibt sehr viele Studien darüber beziehungsweise sehr viele Katzenhalter, die ihre Katzen vegan ernährt haben, also rein pflanzlich ernährt haben, die wesentlich älter geworden sind als Katzen, die eine rein carnivore Ernährung hatten. Also es ist nicht so, dass man dem Tier irgendwas Böses tun würde, nur weil es man nicht mit der normalen, biologischen, herkömmlichen Art und Weise traditionell füttert. Also deswegen, ja. Verstehe ich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weiter machen wollte. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, also wie gesagt, ich bleibe da ein bisschen bei mir bei dem Punkt, dass ich sage, ich würde jetzt nicht über den Kopf von meinem Tier entscheiden. Natürlich muss man auch dazu sagen, man kann ein Tier auch nicht fragen, ob es jetzt Fleisch essen will. Und selbst wenn es das wollen würde, es geht darum, dass kein Individuum auf diesem Planeten das Recht darauf hat, eine Rechtsverletzung durchzuführen. Stell dir vor, du würdest dir jetzt eine Katze nochmal holen, würdest sie aus dem Tierheim holen und ihm ein neues Zuhause geben. Das ist absolut in Ordnung. Es ist keine Nachfrage an Züchtungen und du bezahlst niemanden dafür, dass man ein Tier züchtet und entsprechend, sag ich jetzt mal, in dieser Art und Weise missbraucht. Ich habe Katzen zu Hause, ich kann die vermehren und dann mache ich daraus Geld. Das ist nicht richtig, weil du siehst Tiere nicht als Individuum an und beutest sie aus und vermarktest sie. Du entindividualisierst sie. Und deswegen aus dem Tierheim holst du nach Hause, stell dir vor, deine Katze kann mit dir sprechen und sagt, ich möchte jetzt keine rein pflanzliche Ernährung. Dann sagst du, okay, kein Problem. Ich mache das, was du möchtest. Du bist halt auch ein Individuum, ich respektiere deine Wünsche. Und dann sagt deine Katze, ich möchte jetzt Menschenbabys essen. Würdest du dann sagen, okay, kein Problem, weil es ist ja deine Entscheidung, was du essen möchtest. Oder würdest du sagen, nee, guck mal, jemanden anderen weh zu tun, jemanden anderen umzubringen, nur damit du leben kannst, ist halt nicht richtig. Und schau mal hier, es gibt eine pflanzliche Möglichkeiten und keiner muss mehr verrecken. Dann würdest du da auch lieber diese Alternative wählen, oder? Ja. Wenn meine Katze Menschenbabys als Tribut fordert, dann glaube ich, würde ich das viermal hochkant aus dem Fenster schmeißen. Jetzt nicht Wortwörtel, das ist schon krank. Aber du verstehst, was ich meine, oder? Ich verstehe, was du meinst. Genau. Das auf jeden Fall. Es schädigt sie nicht in ihrer Gesundheit, also warum nicht? Es tut denen ja nicht weh. Und es schmeckt ihnen ja auch, sonst würden sie es ja auch nicht essen. Also meine haben es sehr gerne gegessen, währenddessen ich noch konventionelles Rutter gegeben habe. Also ich habe beides hingestellt. Und trotzdem haben sie es gerne gegessen. Einfach, weil es auch wesentlich besser und gesünder ist. Wenn du dich rein pflanzlich ernährst, dann wirst du auch für dich selber und für deinen Körper feststellen, dass es dir wesentlich besser geht, als wenn du dich Omniveau ernährst. Okay. Um jetzt kurz bei der ganzen Haustierthematik zu bleiben, wie ist das dann mit Kastration? Ist das dann auch verwerflich? Nein. Warum ist das nicht verwerflich? Weil da entscheide ich ja auch im Prinzip über den Kopf der, ich bleibe jetzt beim Cut zum Beispiel, über den Kopf der Katze und sage, ja, ich will jetzt, dass du kastriert bist und sie hat ja, oder er, wie auch immer, hat ja kein Mitbestimmungsrecht. Ich kann ja auch nicht zum Beispiel sagen, ja, hey, bester Freund, du bist ein Volldipp, ich will nicht, dass du dich vermehrst, ich kastriere dich jetzt. Verstehe ich. Aber gut, dann lebt man halt mit dem Risiko, deine Katze kann schwanger werden und dann musst du auch im Zweifelsfall die Katzen verkaufen. Also, ich meine, keiner will, die wenigsten wollen, keine Ahnung, Haus Nummer vier Katzen bei sich zu Hause haben. Und dann würdest du halt wieder anfangen zu züchten, ne, und dann wärst du halt wiederum nicht vegan. Ja, aber, aber die Katze dann zu kastrieren, banksläufig, ist ja dann auch nicht vegan. Ja, aber wenn du jetzt überlegst, wie viele Katzen so dann auf die Welt bekommen, wie viele Katzen die werfen und die bekommen sehr viele Katzenbabys und dann wirst du die verkaufen, dann schlägst du dann daraus nur wieder Profit, dann gibst du diese Katzen weiter, diese Katzen kommen dann am besten noch in Haushälte, die nicht vegan sind und ihre Katzen nicht rein pflanzig ernähren und dann hast du wieder einen Teufelskreis, von Leid erzeugt, der halt nicht richtig ist. Also ich in meinem Fall hab meine Katzen jetzt schon sehr lange. Ich hab auch ein Geschwisterpärchen, also ich musste meine beiden Katzen kastrieren, weil die sonst halt angefangen hätten mit Inzucht und das hätte halt nur was mit den Genen gemacht, was nicht richtig wäre und dementsprechend, ne, also behinderte Katzen auch auf die Welt bekommen. Aufgrund des Inzuchtbetriebs ist das halt auch nicht richtig und deswegen Kastrationen. Es gibt genug Tiere in Tierheimen, die noch ein Zuhause haben möchten. Es muss nicht noch mehr Leid gefördert werden, indem man noch mehr Katzen, Babys auf gut Deutsch erschaffen lässt und dementsprechend kann man auch einfach diesen ein Zuhause geben. Wenn man es dann reinpflanzlich erlebt, ne? Ja, natürlich, sowieso reinpflanzlich. Ähm, ich komm ein bisschen durcheinander. Ähm, ich wollte jetzt nochmal ganz blöd fragen, ist das eigentlich so, soll das so ein bisschen zur Schaustellen sein, dass man sich jetzt, als, dass man sich jetzt hier auf so eine Debatte hinsetzt mit Katzenohr? Ähm. Oder, oder was ist der genaue Sinn davon? Der, der Sinn, wir haben ja kein Fasching oder so. Der, der Sinn dahinter ist, ähm, dass es sehr viele Menschen gibt, die, ähm, den Geist des Kranken einen Trait bringen, dass es ja keine Menschen sind, dass man deswegen mit ihnen machen kann, was man möchte, aufgrund dessen, dass ihre, ähm, ähm, Moleküle anders verbaut sind, als, äh, die der Tiere, ähm, und es Abweichungen gibt in unserem DNA-Strang und aufgrund deines DNA-Strangs, der dann nicht menschlich ist, kann man dich abmurksen und, äh, umbringen und vergewaltigen und, äh, deswegen haben wir zur Schaustellung eine Kuh-Dame und, ähm, zur Schaustellung für die Leute, die sagen, nur Fleisch macht Fleisch und du brauchst auch dein Fleisch für die Gains, haben wir hier ein superperfektes Beispiel und zwar Ray, ähm, der rein pflanzlich sich ernährt, ähm, und wie man sieht, äh, kein Lauch ist, sondern ein Muskelprotz und, äh, ja, Respekt, dafür dann klassisch natürlich die Löwenohren, äh, weil der Löwe auch immer gerne gebracht wird, der Löwe ist stark und er ist doch auch ein Alphatier und das ist doch derjenige, der in der Nahrungskette ganz oben ist und Ray ist, äh, stärker als Sabrina und trotzdem vergewaltigt er sie nicht und bringt sie um, so, ne, sondern nutzt halt seine Stärke, um die Schwächeren zu beschützen. ja mal. Ist das, äh, zur Veranschaulichung. Okay. Äh, ja, dann, eine gute Veranschaulichung, meiner Meinung nach. Ähm, es hat halt was zum Gucken auch, ne? Ja, ne, das macht auf jeden Fall aufmerksam, sagen wir mal so. Ähm, gut, jetzt, wo ich auf den Punkt, um mal von den Tieren wegzukommen, ich, vielen Dank für die ganzen Einblicke und für deine Meinung. Ähm, ich würde jetzt noch gerne die Frage stellen, ähm, ich als Nicht-Veganer, ich, ich, ich sage mal, ich, für mich ist das komplett oder für mich ist das komplett akzeptabel, dass es Leute gibt, die sich entscheiden, vegan zu leben. Mhm. Also, ist komplett in Ordnung für mich, aber ich verstehe da nicht, dass von der Gegenseite so viel Hass teilweise entgegenkommt und dass, dass man das nicht akzeptiert, dass andere Leute nicht vegan leben wollen. Okay, ähm, ist kein Problem, äh, können wir gerne auf den Grund gehen, warum diese, ähm, diese Intoleranz, ähm, aufgebaut wird. Viele Menschen verstehen das nicht, ähm, was bedeutet es, vegan zu sein? Ist das was, eine Frage? Mhm. Vegan zu sein bedeutet für mich, dass man keine tierischen Produkte zu sich nimmt oder jetzt auch in dem Fall seine Haustiere auch nicht mit tierischen Produkten ernährt. Mhm, okay. Und warum macht man das, wenn man vegan lebt? Äh, ich schätze mal, um das, äh, Tierleid zu mindern. Ja, mindern ist noch milder ausgedrückt. Um dagegen voranzugehen. Genau, ne, um dagegen voranzugehen. Heißt also, ähm, vegan sein bedeutet, bedeutet, dass du aktiv gegen, äh, sämtliche Diskriminierungsformen bist. Das bedeutet, dass du das Leben selbst empfindungsfähiger Individuen respektierst, akzeptierst und dass du, ähm, verstehst, dass deine Freiheit da aufhört, wo die, ähm, eines anderen beginnt, ne, so. Dein Tanzkreis, mein Tanzkreis und wir kommen uns beide nicht in die Quere. Ich tue dir nicht weh, du tust mir nicht weh, ich respektiere dich und dein Leben und ich kreide es dir nicht an. Warum sollten Tiere dieses Recht nicht haben? Nur weil sie Mu-Mu, Mäh-Mäh äh, oder Wuff-Wuff machen und nicht in der Lage sind, so wie du und ich in den Discord zu gehen und zu sagen, Digga, kannst du mal aufhören, mich zu penetrieren? Ähm, ich möchte selbst entscheiden, wann ich Kinder haben möchte und würdest du mir bitte auch meine Kinder nicht wegnehmen und sie anschließend umbringen. So, ne, sie können nicht für sich sprechen und deswegen ist es wichtig, dass man mit den Menschen darüber redet und ihnen klar macht, was es bedeutet, nicht vegan zu sein. Heißt also, wenn du vegan bist, bist du gegen Gewalt. Was ist jemand, der nicht vegan ist? Obviously, natürlich dann für Gewalt. Nicht Gewalt. Eher Interpretation für Gewalt, ja. Genau, so. Nicht in dem Sinne, ne, also wenn ich jetzt die Leute, wenn ich dich jetzt fragen würde, und stehst du auf Gewalt, findest du es gut, anderen weh zu tun, und Gewalt auszuüben? Deine Antwort wird sein, nein, natürlich nicht. Es ist ja der Konsum, der das macht. Es ist ja nicht so, als würdest du jetzt gerne Tiere treten und umbringen, anzünden und vergewaltigen, sondern es ist einfach für dich in deinem Leben normal, tierische Produkte zu konsumieren. Du bist ja einfach nur in einem Teufelskreis, in Anführungsstrichen, gefangen und es ist halt normal und deswegen machst du es halt so, ne. Und deswegen finden wir Menschen, die eine nicht-vegane Lebensweise haben, als nicht in Ordnung und tolerieren das nicht, weil diese nämlich für Gewalt stehen. In eurer Interpretation. Genau, ne, also sobald du aufgeklärt bist und weißt, was du da bezahlst. Also ist deiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem, weil es so fest verankert ist, blöd gesagt? Ja, würde ich sagen. Also es fängt ja schon an... Deswegen ist es im Prinzip normal. Es wird normalisiert, genau. Also es wird natürlich auch von der Tierindustrie so kommuniziert. Auf der Milch siehst du eine Kuh auf einer Weide mit einem ganz normalen Euter. Wenn man sich die Euter von der Kuh heutzutage anschaut und sieht, wie die Milch entfernt wird aus den Eutern und die Kinder getötet werden, dann nimmt das alles wieder ein ganz anderes Bild. Und zu wissen, dass man Tiere als wertlose Scheiße betrachtet, die einfach nur irgendwo irgendwem Geld geben kann, ist es halt einfach nur traurig, weil die genauso empfinden können wie du und ich. Wenn du eine Kuh trittst und ich dich jetzt ertrete, werde dir beide Schmerzen empfinden. Wenn ich dir jetzt, wenn du irgendwann Dad sein solltest, dein Kind wegnehme, wirst du genau den gleichen Schmerz spüren, wie als wenn ich einer Kuh ihr Kind wegnehme. Deswegen rennen Kühe ihren Kindern auch hinterher und schreien, solange bis sie keine Stimme mehr haben. Warum sollte man ihnen dieses Recht auf ihr Leben verweigern, nur weil sie keine Menschen sind? Es ist nicht relevant, dass du ein Mensch bist oder nicht. Es ist relevant, dass du leidensfähig bist und dass du empfinden kannst, dass du nicht ein Stein bist, ein NPC, Copy-Paste, sondern dass du ein Individuum bist, so eine eigene Person. Das sind Tiere eben, aber das wird niemandem klar gemacht in der Gesellschaft. Okay. Also ich muss sagen, ich sitze da ja ziemlich an der Quelle, weil ich komme aus Österreich, aus dem Tiroler Alpenland und da gibt es, also vor allem mit der Umgehung, es gibt extrem viele Bauernhöfe und Bauern und natürlich auch auf der OEM und etc. Und ich habe ja, man redet ja auch mit Leuten und ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, die haben einen Bio-Bauernhof zu Hause und dass das wirklich, dass die sich wirklich an Vorlagen etc. halten müssen, die sehr streng sind und die halt dann somit im Sinne des Tierwohls ihr, sozusagen ihr Geld verdienen. Und solchen Leuten nimmt man ja dann mit dem Veganismus, das sind extrem viele bei uns, also du siehst jede, lass mich nicht lügen, jeden Kilometer siehst du einen Bauernhof und das sind ja alles Leute, denen dann sozusagen die Arbeit entzogen wird, obwohl sie ja nicht, ja, es ist natürlich, ich weiß, ihr findet da auch eine Interpretation, um das als Tierleid zu beobachten, aber es ist ja im Prinzip ein Bio-Bauernhof, so in dem Sinne, wie ich ihn erlebt habe, würde ich jetzt nicht als Tierleid betrachten. Ich weiß, was du meinst, das Problem daran ist, dass man dann halt wieder darauf zurückkommen muss, was der Veganismus bedeutet und zwar eben die Ablehnung von Ausbeutung von empfindungsfähigen Individuen als auch die Versklavung, als auch natürlich die Tötung. So, ne? Wenn ich mir jetzt die Kühe irgendwo halte und selbst wenn es nur 10 Stück auf 100 Hektar sind, ich die regelmäßig massiere und mir dann die Milchklauung, die zu verkaufen, ist das immer noch eine Ausbeutung und immer noch eine Versklavung, weil ich die halte, damit ich daraus was schlagen kann. Ich entindividualisiere sie, weil ich daraus ein Produkt schlagen kann. Ich sehe sie einfach nur als Objekt an und nicht als Subjekt. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, mir bei 100 Hektar 10 Frauen zu holen, die zu vergewaltigen oder vergewaltigen zu lassen, indem ich da einfach einen bockigen Typen hinhaue, der, die dann schwängert, dann Milch produzieren durch ihre Milchdrüse in ihrer Brust und die dann klauen. Warum wäre das denn dann auch nicht in Ordnung? Weil du ihnen das Recht auf ihren Körper nimmst und das Recht auf ihr Leben. Und das macht man mit den Tieren. Also ist es wichtig, dass man aufhört zu sagen, ja, aber das sind ja Tiere. Das kann man mit denen machen. Mit Menschen kann man es nicht machen. Und dann muss man einfach verstehen, wieso kann man es mit denen machen, aber nicht mit denen. Wo ist der Unterschied? Und wenn man ganz tief sich mal anschaut, ne, also ich weiß klar, anatomisch, ne, wir sehen nicht aus wie eine Kuh, aber wenn man sich mal die Grundstruktur anschaut, wir sind beide empfindungsfähig, wir haben beide ein zentrales Nervensystem, wir haben beide soziale Strukturen, die DNA-Strenge sind gar nicht so verschieden. Es ist ja einfach nur ein NPC, sondern es ist eine Person, die auch individuell ist. Die QA ist nicht gleich QB, ne, die sind auch unterschiedlich. Ich bin nicht Caesar, Caesar ist nicht ich. Wir sind auch unterschiedlich und deswegen ist auch eine Bio-Haltung nicht in Ordnung und sämtliche andere Haltungsformen. Es gibt keine Möglichkeit, ein Tier zu halten, ohne dabei, ich sag mal, vegan zu sein, weil die einzige Haltungsform für ein Tier die Freiheit ist und sobald du die einschränkst, nur damit du da Geld rausbekommen kannst, dann unterstützt du damit eine Diskriminierungsform und deswegen ist es nicht richtig. Okay. Und was ist die Alternative dazu? Weil man kann ja jetzt nicht, man kann ja jetzt nicht auf einmal alle Zäune abreißen und die Tiere auf einmal frei rumlaufen lassen. Sie einfach in Ruhe lassen und einfach leben lassen. Ähm, du, ich weiß, also, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, aber dieses ganze Wirtschaftssystem, das bricht doch zusammen. So viele Menschen bekommen ihr Geld davon. Was mit den ganzen Bauern, die damit ihr Geld verdienen? Es gibt sehr viele Bauern, die vegane Bauern geworden sind. Wir essen 30.000 unterschiedliche Pflanzen, die uns Nährstoffe bieten. Es gibt unglaublich viel Ackerland, was man benutzen kann, um uns Menschen zu füttern. So, ne? Du solltest aufhören, die Tiere zu füttern, sondern kannst anfangen anzubauen und das zu verkaufen und dann damit den Menschen die Energie liefern. Und wenn du noch Tiere hast, es gibt sehr viele Menschen, die einen Bauernhof haben mit Kühen, ETC, musst du einfach mal eingeben auf YouTube, veganer Lebenshof. Sehr viele haben ihre Tiere so gehalten, wie es konventionell normal ist und dann einfach irgendwann aufgehört damit. die Milch zu verkaufen, die Tiere hormonell eingestellt, weil die produzieren viel zu viel Milch und dementsprechend denen einfach nur ein schönes Leben gegönnt. Was ich dazu sagen muss, ich habe, es ist nicht lange her, ich habe letztens die Dokumentation von Robert Mark Lehmann geguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, welche von den beiden? Von den Schweinen. Von den Schweinen, okay. Habe ich noch nicht gesehen, aber ja. Und da wurden ja auch Schweine befreit und die wurden ja dann auch auf einen Lebenshof gebracht, aber das ist ja dann im Prinzip, es ist bessere Umstände, aber es ist dann im Prinzip ja auch nichts anderes als Gefahrgendschaft. Ja, das heißt, man müsste ja da irgendein... Du kannst sie halt nicht einfach in den Wald aussetzen, so, ne? Weil diese Tiere, die können nicht für sich alleine sorgen. Also lässt du sie einfach in einem geschützten Kreis, wo man sie beschützt, wo sie nicht von irgendwelchen Idioten erschossen werden oder von irgendwelchen Carnivore-Tieren zerfleischt werden, bei dir leben und schlachtest sie nicht nach zwei Jahren, nachdem du sie gemesset hast, beziehungsweise nach acht Monaten. Also die Tiere dürfen dann einfach dort leben, einfach sein, werden dort rein pflanzlich ernährt. Und Lebenshilfe leider bekommen jetzt staatlich keine Förderung, weil es ist ja gegen die Tierindustrie, die ja wiederum Geld reinbringt und dementsprechend brauchen die Fördermittel im Sinne von du kannst vorbeigehen, kannst dir die Tiere anschauen, kannst sehen, wie Tiere wirklich leben und kannst dann da ein bisschen finanzielle Unterstützung leisten und ein bisschen spenden und ja, wenn die dann irgendwann sterben, dann sterben sie aufgrund von Altersschwäche oder aufgrund von vielleicht auch sogar einer Erkrankung, wenn man die nicht heilen kann, vielleicht ein Krebs oder so. Also natürliche Gründe. Genau, ne? Und die werden nicht halt nach einem Jahr geschlachtet und dann in die Metzgerei gefahren. So. Das machen wir ja mit uns auch nicht. Das stimmt, ja. Ich würde dann mich auch sehr gerne für das Gespräch bedanken. Es war sehr nett, auf Augenhöhe diskutieren zu können. Ich würde dann jetzt mal schlafen gehen, weil es doch schon spät ist. Stimmt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, den wünsche ich mir da auch. Und noch viel Spaß auf der Stage. Dankeschön. Okay. Danke. Wiedersehen. Ciao. Bio.